In diesem Kapitel lernen Sie, welche Konsequenzen Compliance-Verstöße für Ihren Arbeitgeber und für Sie als Mitarbeiter haben können. Dem Unternehmen droht bei Compliance-Verstößen zunächst ein ganz direkter wirtschaftlicher Schaden, Geldbußen und die Abschöpfung aller Gewinne aus diesen Verstößen sowie erhebliche Schadensersatzverpflichtungen. Zudem kann das Unternehmen von allen öffentlichen Ausschreibungen über mehrere Jahre ausgeschlossen werden. Dem Unternehmen droht des Weiteren ein Naming and Shaming, also die öffentliche Bekanntgabe des Verstoßes auf Webseiten der zuständigen Behörden sowie Eintragungen im Gewerbezentralregister und in Landeskorruptionsregistern. Andere Privatunternehmen werden die Beauftragung ihres Arbeitgebers als Subunternehmer oder Zulieferer regelmäßig ablehnen. Zusammengefasst lässt sich sagen, Compliance-Verstöße können für Ihren Arbeitgeber existenzbedrohend sein. Wenn Sie als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter an Compliance-Verstößen beteiligt sind, müssen Sie mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen. Bei geringen Verstößen erfolgt oft eine Schulung oder eine Ermahnung. Bei schwerwiegenderen Verstößen reichen die Konsequenzen von einer Abmahnung bis zu einer fristlosen Kündigung. Außerdem können erhebliche Schadensersatzforderungen auf Sie zukommen. Schließlich können Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten sowie bei Teilnahme an einer Straftat, Geld- und Freiheitsstrafen gegen Sie verhängt werden. Und selbst wenn Sie unbeteiligt waren und den Compliance-Verstoß nicht zu verantworten haben, können Sie von den dadurch verursachten negativen wirtschaftlichen Auswirkungen für Ihren Arbeitgeber mittelbar auch selbst betroffen sein.